Der Seiten-Winkel-Seiten-Satz. Gegeben ist die Seite A mit 40. C ist 73 mm und Beta ist 45 Grad ohne Winkelmesser. Gesucht ist die Konstruktion. Skizze. C mit 73, Beta mit 45 Grad. Und die Seite A mit 40. B, C. Alpha, Beta und Gamma. Wir haben also gegeben C. Wir haben den eingeschlossenen Winkel Beta gegeben. Und die Seite A. Wir beginnen mit der Seite C. 73. A, B, C. 45 Grad ohne Winkelmesser. Beliebiger Winkelbogen. 60 Grad. Halbieren. Jetzt der Fliege. 30 Grad. Und die oberen 30 Grad noch einmal halbieren. Das wären dann die 45 Grad. Und die Länge von A kennt man. Die ist 40. Die nimmt man in den Zirkel. Und dann haben wir hier den Eckpunkt C. Nachziehen. 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 Beschriftung. Das ist A. Das ist B. Alpha. Beta. Und Gamma.